Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin-Chart-Analyse. Wir haben gestern gesagt, unser Support knapp über 30.000 wird nur eine sehr, sehr geringe Chance haben. Plus der Dampf ist so ein bisschen raus, ein Drop könnte drohen und dann sehen wir uns hier unten wieder bei den 29.468. Und 60. Ja, jetzt sind wir am Morgen und wir haben uns tatsächlich hier unten eingefunden. Heute werden wir aber nicht darüber sprechen, ob jetzt dieser Support hält. Wir schauen uns eher die höheren Gefilde an und noch mal ein paar Indikatoren. Außerdem werden wir noch mal JP morgen quasi hier so ein bisschen thematisieren. Die haben sich noch mal zu Wort gemeldet mit ziemlich offensichtlichen Sachen. Aber wir möchten sie hier noch mal bekräftigen, denn das ist das, was meine Gruppe als Mehrwert bietet. Und da möchten wir einfach noch mal darauf hinweisen, dass das tatsächlich auch im Weltgeschehen so verankert ist. Also, alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute begrüßen zu dürfen. So, ja, wie gesagt, gerne würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal unterstützt, wenn dir das Ganze hier gefällt und du meinst, auf YouTube muss das Thema Bitcoin und Kryptowährungen einfach höher aufgehangen werden. Deswegen biete diesem Kanal die Bühne dafür, kostenloses Abo, Glocke aktivieren und gerne einfach einen kleinen Daumen hoch klar lassen. So, ja, ich habe meine Gruppe erwähnt. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und auch dort wird schon sehr, sehr lange drüber diskutiert. Nicht nur, was so der Bitcoin-Chart oder halt in der Krypto-Szene vor sich geht, sondern auch der übergeordnete Blick aus der Finanzwelt. Und der sieht halt echt nicht cool aus. Und wenn man das eben nicht kennt, nützt aktuell auch dieser Chart einfach nichts. Weil wir sind nicht im Bullenmarkt, wir haben keine Hochkonjunktur oder sonst irgendwas. Also, dieses Geld draufwerfen und es wächst, funktioniert nicht. Im Gegenteil, das könnten echt haarige Wochen und Monate bzw. Jahre werden. Glaubst du nicht? So, wir gehen noch ganz hoch. Heute titelt die Wirtschaftswoche, aber auch viele andere, Jamie Dimon sieht Hurricane auf Weltwirtschaft zukommen. Ja, ich sage ja ziemlich offensichtlich, wenn man sich damit beschäftigt. Hier, der Chef der größten Wall-Street-Bank warnt erneut vor den Gefahren für die Konjunktur. JP Morgan bereitet sich schon auf die Turbulenzen vor, sagt Dimon. So, und wie ich ja schon gesagt habe, sowas ist permanent Thema in unserer Community. Den Link unten, wie du uns beitreten kannst, findest du dort. Vollkommen kostenlos und verbindlich. Also, einfach reinschnuppern, kurz Hallo sagen und dann geht's auch schon los. Denn ihr wisst ja, wenn ich von fundamentalen Sachen spreche, weil ansonsten bleibe ich nur im Chart, dann kann es Bedeutung haben. Wenn irgendjemand einen Twitter-Pups loslässt, blüpp, mir egal. Also, fangen wir einfach vielleicht einfach mal an. Also, wir merken uns einfach, was wir jetzt mitnehmen, ist übergeordnet, nochmal Tage, Wochen, Monate, Jahre, bärisch. Jeder Pump, was wir jetzt hier haben, ist cool, kleiner Timeframe, immer arg wohnen, übergeordnet ist einfach bärisch. Es hat sich fundamental schlichtweg nichts gemacht, es wird einfach immer nur schlechter. Der G an die Tankstellen, gut, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen runtergegangen durch die Pakete hier in Deutschland. Aber, bam, ich glaube, immer noch eine 2 steht davor. Also, gehen wir jetzt in den 4-Stunden-Schalt. Wir haben jetzt erstmal geguckt, ist bärisch. Ich habe dir hier schon mal eine Aufwärts-Trendlinie gezeichnet. Und dann siehst du, darum geht es jetzt aktuell. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Du kannst dir auch gerne das Video von gestern anschauen. Wir sind ja transparent, da kannst du einfach mal gucken. Wir haben ja gesagt, unser Support ist eigentlich hier. Unsere Seitwärtsbewegung, unsere Range, bietet da relativ wenig Schutz. Deswegen, wenn wir crashen, oder wenn der Kurs eben durchbricht, sehen wir uns wahrscheinlich hier unten wieder. Kamen wir eigentlich ganz gut, oder? Wunderbar. Was wir jetzt hier haben, ist dieser zarte Aufwärts-Trend, der hier seit Ende Mai besteht. Der versucht hier wieder reinzukommen. Aber du siehst auch, dass diese Gains kommen nicht über das High hinaus vom 1. Juni, 22 Uhr. Und gehen jetzt hier wieder runter. Das heißt, Auswärts-Trend ist hier abermals gebrochen. Wunderbar, ist auch okay so. Denn wenn wir uns das Ganze einfach mal hier nochmal angucken, sehen wir hier nochmal, und so hatten wir auch gestern uns das hergeleitet, dass der, also jetzt nicht für bare Münze nehmen, hier müssen wir nochmal schön einstellen, einfach nur um diese gelbe Linie hier zu haben, aus dem Volumenprofil. Wo ist denn der Kontrollpunkt? Und der liegt nun mal hier unten. Bums. Da möchte jetzt erstmal das Geld hin. Ansonsten brauchst du einen schönen Pump mit Volumen. Aber da haben wir ja schon gestern gesagt, da ist so ein bisschen der Dampf raus. Sieht nicht so gut aus. Und jetzt haben wir halt den Salat gehabt. Brauchen wir auch nicht drüber weinen. Wir gehen einfach mal weiter. So. Vier-Stunden-Chart. Wir hatten unseren Spike, der hier gekommen ist. Das heißt, rums. Wunderbar. Ist jetzt erstmal Ende Gelände. Geht nach oben. Aber anscheinend, wir sind hier unter dem Durchschnitt, ist der Preis abermals zu hoch. Das Volumen ist hier unter den Erwartungen. Hier im Vier-Stunden-Chart geht weiter runter. Und ja, während ich hier spreche, folgt der Kurs meinen Worten. Wenn er hier drunter schließen sollte, dann rasselt der Kurs hier ab. Und Ende Gelände wird dann hier unten die 28.654 hier sein. Wohl wissend, dass wir hier unten nochmal, ich erweise nochmal drauf hin, diese Zone haben. In der befinden wir uns jetzt. In der Zone, die wir hier im Vorfeld auch schon mal angesprochen haben. Da möchte der Kurs wieder hochkommen, wenn man es jetzt hier mal ganz grob einzeichnet. Das wäre unser Key-Level, in dem wir uns bewegen müssten. Ist jetzt nur grob, weil interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir behalten uns nur mal im Auge, dass wir hier schon mal einen Dip nach unten hatten. Richtung, ja knapp unter 27.000, 26.000. Warte mal, wir machen uns das mal korrekt. Lari-Fari-Löffelstiel. So. Ich glaube, das ist immer noch nicht ganz korrekt. So, Snap. Snap mir das. So, zack, Dankeschön. Jetzt machen wir orange, damit es nicht negativ wird. Also 26.700 ist die Region, die mir aktuell noch so ein bisschen Sorgen macht, dass wir uns da keinen Support aufbauen, beziehungsweise da nicht wirklich mal ein bisschen geranged sind. Aber wir wissen, wenn wir da runtergehen, sind wir unter unseren 28.654 und das ist die entscheidende Range. Ich mache dir das jetzt auch nochmal ein bisschen weg. Ich bereinige das mal wieder, damit wir da einfach mal schauen. Aufwärts-Trend lasse ich mir mal hier drin. Aber jetzt wird, glaube ich, klar, wenn wir hier runterkrachen, extrem blöd. Also wenn wir jetzt ungefähr das hier machen würden, Tank, Tank, Rums. Also alles, was quasi hier drunter geht, ist halt extrem schlecht, um es mal einfach zu sagen. Nicht cool. Wir haben jetzt wieder die Seitwärtsbewegung. Wir hatten hier schon drüber, wir waren hier drüber, einmal hier, sogar drunter. Und täglich grüßt das Mummeltier, würde ich sagen. Aber auch das wurde ja von unserer Community, von unseren Mitgliedern so auch gesehen. Also wie gesagt, Mehrwert für dich. Wird wahrscheinlich hier zum Trendbruch kommen. Ansonsten brauchen wir halt einen harten Volumen-Spike mit drin, dass wir hier hochkommen. Und dann ist erstmal auch ohne FIBO hier bei 32.399 das Level, was erreicht werden muss. Ansonsten brauchen wir gar nicht drüber reden, ob das jetzt ein Breakout war oder nicht. Denn auch hier ist das historisch verankert, hier hinten. Wir müssen einfach schlichtweg hier drüber kommen. Ist jetzt noch nicht angesagt, weil 30.440 und drüber. Damit wir hier die zweite Range quasi aufbauen, also irgendwie sowas machen können überhaupt. So, im Kleinen. Ich gucke kurz auf die Uhr. 9 Minuten. Alles gut, sind wir noch schön in der Zeit. Wir gucken jetzt nochmal das Volumen in den größeren Einheiten an. Dann siehst du hier auch den Spike über dem Mittel. Einmal der Pump, einmal der Dump. Ansonsten ist es jetzt unter ferner Leaf. Der Dampf fehlt. Vertrauen ist erstmal weg. Beziehungsweise der Schwung muss jetzt aufgebaut werden. Je nachdem, ob es hier nochmal drüber geht oder nicht. Und ja, haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge besprochen. Jetzt schauen wir einfach mal nach. Widerstände sind, glaube ich, auch irrelevant. Also wegen EMA-Ribbons, habe ich jetzt gerade überlegt, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir fahren ganz gut, wenn wir tatsächlich schlicht und untergreifend mal die alten Stärken ausspielen. Ich glaube, bullische oder bärische Divergenz brauchen wir jetzt auch nicht. Also normalen RSI. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, wir nehmen einfach heute mal wieder das hier. Weil, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ja. Hier oben. Ja, was soll ich sagen? Ich sage ja, wir brauchen keine Ribbons oder sonst irgendwas. Wir gucken uns einfach an, wie die Lage ist. Und Luft ist raus, während wir hier sprechen. Ja, ja, ja. Ach Gottchen. Also. Ein Stunden Chart sind wir jetzt nicht verwechselt mit den höheren Timeframes. Was wir jetzt hier sehen, ist, wie gesagt, der Magdieter-Trendfolgeindikator und unser stochastischer RSI. Auch hier sehen wir, im überkauften Bereich ist jetzt hier bereit zu dippen. Wir sind in unsere Zone reingefallen. Wir haben den Aufwärtstrends jetzt hier gebrochen. Bärischer Cross steht bevor. Steht, wird wahrscheinlich dem auch nichts mehr in Wege stehen. Das heißt, der stochastische RSI wird all the way down, wahrscheinlich nochmal runtergehen. Ich meine, es sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Wir sind hier immer noch in der Range, wenn ich dir das hier oben nochmal in den Kontext ziehe. Weil hier könnte man schon Angst haben. Wow. Ja. Also Kontext ist jetzt hier gegeben. Wir sehen, Trendbruch. Support ist möglich oder sollte spätestens hier in der Box hier unten kommen, damit du es nochmal ein bisschen kleiner hast. Okay, there is it. Da. Also hier hätten wir mal so eine kleine Greenbox, die wir uns einzeichnen können. Rechts siehst du die Werte. Also von 29.301 bis 29.520 haben wir jetzt hier eine Greenbox, in der ein Support gefunden werden kann und sollte. Damit das nochmal pumpen kann, schauen wir uns mal an. So, jetzt haben wir das auch nochmal eingezeichnet. Volumen abnehmend. McD ist dabei bärisch zu kosten. Stochastischer RSI im 1-Stunden-Chart auch dabei abzutauchen. Hier, ja, durch diesen Dump jetzt erneut, wird sich hier das wahrscheinlich folgen. Es wird weiterhin bärisch sein. So weit unterkauft sind wir hier im 2-Stunden-Chart auch noch nicht, dass sich das umdrehen könnte. Beziehungsweise, dass es hier sich umdreht. Support haben wir das jetzt uns doch eingezeichnet. Also hier müssen wir mal schauen, ob es weiter nach oben geht. So. Sehr schön. Oder was heißt sehr schön? Also hier sehen wir auch nochmal den aktuellen Dump. Wird hier auch eine Talsohle sein. 4-Stunden-Chart. Also alles riecht danach, dass wir maximal seitwärts gehen. Ein Ausbruch hier oben würde ich sehr, sehr kritisch sehen. Über unsere 30.440. Mit dem Spike. Pump and Dump. Gefahr stark. Volatilität nimmt aktuell wieder zu. Der Preis sucht einfach seinen Kurs und ist jetzt hier in der entspannten Mittellage. Wenn du siehst, oder ich zeichne dir das ein. Ja, bumm. Das heißt, in der Range ist er jetzt quasi auf 50-50 angekommen. Den WeWeb und so weiter zeichne ich jetzt erstmal nicht ein. Wobei, doch, den machen wir dann mal ganz zum Schluss. Wir rattern gleich durch, weil wir sind schon bei 13 Minuten. So, sind nämlich jetzt schon beim Daily angekommen. Und auch da sieht es echt blöd aus. Hier wird auch allen voran, wenn wir hier keinen Pump mehr schaffen, das Ganze auch wieder bärisch drehen. Und hier der stochastische RSI sagt, ja, good to go. Ich bin auch dafür. Brum, brum. Gehen wir nach unten. Weekly. Auch ganz interessant. Hat gut angefangen. Und guckt euch das an. Historisch hier oben. Historisch. Ich zeige euch, was ich meine. Date Range. Bis hier. Acht Bars. Und es geht noch weiter. Also, wie gesagt, alles kann, nichts muss. Wer sagt, wir haben jetzt schon fünf negative, also rote Bars gemacht. Es muss jetzt nach oben gehen. Nee. Muss. Nichts. Alles kann, nichts muss. Das ist immer so. Oder es fehlt ja noch irgendwas. Laut, Buch und so weiter. Ja, das ist schön. Ein Indikator macht noch keinen Sommer. Ja. Ja. Also. Ansonsten im Weekly sind wir relativ konstant. Wie gesagt, dieser eine Spike, den wir jetzt hier hatten, hat das Ganze erstmal besiegelt, beziehungsweise in Stopp eingeleitet. Ansonsten sind wir hier immer noch in unserer Seitwärtsbewegung gefangen. Talsohle, so langsam dreht es hier oder könnte es hier zumindest im Weekly nochmal bullisch drehen. Mal gucken, ob wir uns vielleicht morgen oder nächste Woche über eine Bulltrap unterhalten wollen. Also eine Falle für die Bullen, die aufgestellt wurde. Werden wir dann schauen. Wir switchen nochmal schnell in den Daily und hämmern den WeWeb rein, um einfach nochmal diesen Überblick zu haben, so als Schlussbild, wo denn überhaupt. So, zack. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt beim 1. Juni anfangen, aber dann würden wir nicht viele Infos bekommen. Also nehmen wir jetzt nochmal den letzten Monat, also den 1. Mai. Ja, wir sind über den WeWeb, in den Mittelwert reingepumpt. Ansonsten werden wir hier, wenn wir droppen, wie gesagt, entweder in unsere Range reinkommen oder Gefahr laufen, hier nochmal unter unsere Range auf 28.321 zu droppen. Und das hatten wir am Anfang schon. Hm, möchte ich nicht sehen. Im Prinzip können wir jetzt vor dem letzten Drop diese ganzen Videos nochmal machen, wenn das nochmal dort passiert. Ich wiederhole mich einfach, ich hätte gerne sehr, sehr starke Aufkäufe, dass wir da sehr, sehr schnell wieder rauskommen. Ansonsten, History, Rhymes, haben wir exakt das, was wir jetzt hier haben, nur richtig blöd. Weil unter diesem Niveau kommt halt wenig Trading-Volumen. Da ist der Kurs nach oben geschossen. Deswegen 20.000 schöne Grüße, gell? Also, aber da sind wir alles noch nicht. Du schaltest am besten morgen wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und geehrt fühlen, wenn du ein kostenloses Abo da lässt, morgen einschaltest und ja, mach's gut.